Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wir sind groß beim Bauen immer noch, also hier beim Aufbauen. Während hier oben der Wald immer kleiner wird. Was ist mit dir? Okay, du rennst irgendwo hin. Na, auch gut. Aber irgendwie keine Ahnung, was sie gerade so treiben, meine Bricktrots. Also jedenfalls nicht, was unsere Holzfände im Bricktrots treiben. Oh, da habe ich mal wieder jetzt übersehen. Nein, nicht. Alles okay. Okay. Achso, so kommen die von da oben an die Baumstämme ran. Ich lasse. Ich lebe das einfach mal hin. Und da machen die nächsten Bäume einen Abflug. Ich glaube jetzt nicht, dass mehr viel Holz oben auf den Säulenlanden wird. Naja, okay, die da. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Also ich glaube von hier wird mehr runterfallen, als hier irgendwo hinzufallen. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. In der Zeit. Oh, das war knapp. Aber ja, ich glaube das Holz, also minus die Baumstümpfe, wird auf jeden Fall reichen, um hier fertig zu machen und dass wir noch Puffer übrig haben. Die haben es ja wohl nicht geschafft, die Lücke zu füllen, ich glaube es ja nicht. Also, die da. Darüber wäre ich sehr froh, wenn ihr das mal hinkriegen würdet. Du gehst jetzt da rüber. Die wollen mich echt verhelbern, oder? Tonk und Tonk. Ja, ich gebe den Baubefehl nicht frei, solange hier nicht gefüllt ist. Mir egal. Ja, du gehst auch wieder darüber. Genau so wie du. Na, na? Na, also. So, dann kann ich dich so hin verschieben. Damit ist das ganze restliche Holz im Einzugsbereich. 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 Im Arbeitsbereich. Hm. Du räumst immer noch auf, okay. 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 Ich gehe ja schon mal ein bisschen mit Flatten. Um experimentieren. Danke. Und dann wieder. Okay. Alles okay. Ich komme. Genau so. Wir machen uns so mycket. Ich gehe doch an die Tür. Was. Oder bin ich? Ja. Ich gehe das Wasser. Die Tür wieder. Das Wasser. Und nicht mehr. Und nicht mehr. Das Wasser. Und nicht mehr. Äh, habe ich mich verzählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf. Okay, da habe ich mich um eines verzählt. Na komm, das ist jetzt ein bisschen zu. So. Und ja, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das nach und nach hinkriegen. So. Das war's. Ja, und ich finde die Musik gerade eben hatte irgendwie was Science-Fiction-mäßiges. So, die nächsten Lines. So, die nächsten Lines. Okay, hier habe ich mich dann nicht mehr verzählt. So, die nächste Lines. So, die nächste Lines. So, das war der letzte Baustopf. Hier oben liegt zum Glück nur ein einziger. So, das war's. 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 Ja, warum geht das nicht immer so? Das wäre wirklich schön, wenn es immer so einfach klappen würde. Und schon fängt das auf die andere Seite wieder an. Während hier jede Menge Lücken sind. Und der hat ihm gerade zubaut. Oh, da bist der Cleanup-Guy. Okay. Ich höre Bäume. Ja, Bäume fallen um. Stämme werden abtransportiert. Hier liegen keine mehr rum. Es liegt nur noch diese eine hier rum. Schön, die Reihe ist fertig. Warten wir, dass die auf der Seite, dann können wir die anderen Beine zuweisen. Also neue Lines zuweisen. Hey, da hat gerade Holznerabflug gemacht. Das große ewige Meer unter uns freut sich über die Opfergaben. Irgendwann mal ausprobieren, was passiert, wenn ich einen Rickford über die Kante springen lasse, ob er es macht. Oder einfach mal die ganze Insel abtragen. Stück für Stück. Bis noch ein bisschen übrig ist und das dann mit Fässern in die Luft jagen. Dass da keine Insel mehr da ist. Mmm. They're gonna have to. So, Würde wahrscheinlich nicht gehen Wegen der Umfärbigkeit der Insel Oh, sie sind Oh, sie sind komplett fertig Jetzt habe ich geschlafen vor lauter Weltzerstörungsplänen